Zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich mich eigentlich befallen habe. Ich habe mich befallen und befallen in irgendwelchen Tiefen hier, weil ich eine Tiefen wie die Welt ausgeschafft habe. Und auch in einer Zeit, dass ich mich befallen habe, in diesem Fallen hat die Kinder in den Störungen, dass ich irgendwann eine Tiefelte ansteckte. Und ich habe sie gesagt, so lange in den Störungen, dass die Kinder, dass sie langweilig, dass sie mir eine Angst vorgelegen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich eine kleine Tiefelte in den Innenverfahren ist. Und ich gehe immer wieder und habe gemerkt, dass ich mich auf dem Störungen auf dem Störungen fahre. Und dann bin ich dann ganz gut. Weil ich da habe ich dann ganz gut angefangen, Räume hier zu begehen, die ich vorher so nicht bekannt habe. Und auf dem Störungen fallen ist auch ganz mehr bei mir an zu kommen. Und hast du auch deine Stühle, die du in den Städten hättest? Also haben wir irgendwo im Stühle, oder irgendwo in den Städten, was hier bei dir...